Du hast deine DOT Tokens jetzt gekauft und dein Wallet auch schon eingerichtet und den Termin hast du in deinen Kalender eingetragen und jetzt denkst du, dass du alles vorbereitet hast für den 11.11. und glaubst auch schon, dass du in aller Ruhe abwarten kannst, bis es losgeht. Und genau da kommt jetzt eine neue Deadline rein. Das Polkadot Council hat einen Vorschlag zur Wahl gestellt, nachdem alle Projekte ihre Crowdloan Kampagnen schon am 4.11. beginnen dürfen, also eine Woche vor den Parachain Auctions. Und wenn die Community nun diesem Vorschlag zustimmt, dann können wir schon ab dem 4.11. also übermorgen in Projekte investieren. Und wie ist jetzt der aktuelle Stand der Abstimmung? 121.000 Ja-Stimmen und keine einzige Nein-Stimme, nicht eine einzige Null. Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geht es am Donnerstag, den 4. November 2021 gegen 19 Uhr endlich los. Aber macht euch keinen Stress wegen des 4. Novembers. Die Crowdloans laufen bis 11.11. Man wird auf jeden Fall berücksichtigt, wenn man es schafft, bis zum 11.11. seine Dots zu investieren. Was aber womöglich nicht so lange Zeit hat, das ist, also wenn ihr noch keine Dots habt und mitmachen wollt, dann schaut mal auf den Dot-Preis. Heute liegen wir schon bei 52 US-Dollar. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video. Was erwarten wir vom Dot? Wie hoch kann es gehen? Und wie hängt das mit den Crowdloans zusammen? Und bevor wir uns jetzt mit der ganz großen Frage beschäftigen, lohnt sich das überhaupt mit den Crowdloan Kampagnen? Und welchen Gewinn kann man davon erwarten? Erstmal nochmal der Hinweis auf meine ersten zwei Videos. Im ersten Video geht es um die Frage, was sind eigentlich Crowdloans? Was sind Paratrain Auctions? Wie funktioniert Polkadot? Und wie kann man jetzt mitmachen? Und in meinem zweiten Video geht es darum, was muss ich jetzt ganz konkret vorbereiten, um hier mitmachen zu können. Das heißt also Wallet einrichten, Dots kaufen und so weiter. Vielleicht für diejenigen, die jetzt noch nicht so genau wissen, worum es hier eigentlich geht, eine Empfehlung, sich die einfach mal anzuschauen. So, jetzt habe ich eingangs gesagt, wir haben eine neue Deadline, nämlich den 4.11. Und ich möchte jetzt direkt mal den Stress ein bisschen rausnehmen bei der 4.11. Das ist tatsächlich also der Start der Crowdloan Kampagnen. Das bedeutet aber nur, dass die Projekte ab dem 4.11. ihre Crowdloan Kampagnen starten können. Das bedeutet auch, dass wir ab dem 4.11. in die einzelnen Projekte einzahlen können, wenn wir das wollen. Aber die Auktionen selber, die fangen erst, also der Badge 1, der erste Schwung Auktion mit den ersten fünf Auktionen, der startet definitiv am 11.11. 2021 erst. Und das bedeutet, dass wir also zwischen dem 4.11. und dem 11.11. Zeit haben. Das ist ja immerhin eine ganze Woche, uns für Projekte zu entscheiden und unsere Einlage zu machen. Und nach meinem aktuellen Kenntnisstand, zumindest bei den großen Projekten, ist es definitiv so, dass jeder bis zum Schluss berücksichtigt wird. Also nicht unbedingt als ganz dringend als allererster am 4.11. da einzahlen muss. Soweit ich weiß, ist also dann nicht irgendeine Obergrenze implementiert, bis zu der dann Gebote angenommen werden. Also Dots akzeptiert werden, Einlagen akzeptiert werden oder eine Höchstzahl an Investoren oder so. Das Ganze bleibt offen bis zum 11.11.2021. Man hat also Zeit. Und wie geht's dann weiter? Am 13.11. ist dann die sogenannte Ending Period der ersten Parachain Auction. Das ist quasi der Zeitpunkt, ab dem es dann um die Wurst geht. Und zwar können dann die Parachains, die Projekte auf diesen Parachain Slot bieten, ihre Gebote abgeben. Das heißt, bis dahin müssen auch die ganzen Dots, die in den Crowdloans eingenommen werden, dann auch vorhanden sein. Das heißt also, am 13.11. ist dann definitiv Schluss mit den Crowdloans. Und ab da läuft dann die Auktion, laufen die Gebote. Und wer das Höchstgebot abgibt, gewinnt. Aber es gibt noch einen kleinen Kniff in der ganzen Sache und zwar folgender. Am 18.11. endet die Auktion definitiv und dann wird rückwirkend festgestellt, zu welchem Zeitpunkt zwischen dem 13.11. und dem 18.11. wer in diesem Zeitpunkt der Höchstbietende war. Das heißt also, der Gewinner ist nicht derjenige, der automatisch, also am 18.11. das Höchstgebot abgegeben hat, sondern es wird per Zufall ein Zeitpunkt bestimmt zwischen dem 13.11. und dem 18.11. und wer zu diesem Zeitpunkt das Höchstgebot abgegeben hat, der ist der Gewinner. Und sind also Einzahlungen in die Crowdloans möglich, definitiv bis 11.11.2021. Und je nach Projekt gibt es eventuell noch die Möglichkeit, bis zum 13.11. weiterzubieten und danach ist dann definitiv Schluss. Das gilt aber nur für die erste Auktion, denn in diesem ersten Schwung, in dem ersten Batch, werden ja fünf Parachain Auctions stattfinden. Das heißt also, am 18.11. quasi zeitgleich, ungefähr zeitgleich zum Ende der ersten Parachain Auction startet dann eben auch die zweite Parachain Auction, das heißt der zweite Slot, wird dann nach demselben Muster versteigert und auch da sind wieder Einzahlungen in Crowdloans möglich. Ich nehme an, dass auch hier etwa eine Woche vor dem Start der Parachain Auction Nummer zwei dann eben auch Einzahlungen in die entsprechenden Crowdloans möglich sein werden, sodass also das Ganze noch relativ entspannt ist und es richtig entspannt ist. Dringend erst am 11.11.2021 wird. Die Frage, lohnt sich das überhaupt mit den Crowdloan Kampagnen, ist natürlich extrem schwierig zu beantworten, denn klar, also die einzelnen Projekte haben sehr, sehr unterschiedliche Reward-Strukturen. Außerdem ist ja noch gar nicht klar, wer überhaupt gewinnt von den Parachain Auctions und so weiter und insofern ist die Frage quasi unmöglich zu beantworten, aber ich versuche es jetzt einfach trotzdem mal und zwar ist natürlich das Ganze am einfachsten, denke ich mal, zu betrachten aus Sicht des Dot-Tokens. Das heißt, wir haben im Grunde die Frage Rewards versus Dot. Also ich bekomme auf der einen Seite Rewards und auf der anderen Seite habe ich schon meine Dots, rechnet sich das Ganze und so weiter. Also und da gibt es natürlich quasi ein Idealszenario und dieses Idealszenario sieht ja ungefähr so aus. Also man sieht hier im Grunde zwei Kurse. Das eine ist der Wert der Dot-Tokens, der Wert der Einlage, nimmt die Zahlen nicht allzu genau, die hier stehen. Es geht jetzt hier wirklich nur mal um so ein grobes Prinzip. Also der Dot-Token, den sieht man hier in violett und die Rewards, die sieht man hier in der Kurve dann eben in orange und klar. Wenn ich also jetzt irgendwo ganz unten, sagen wir mal bei 40 Dollar starte und dann bekomme ich Rewards nach diesen ganzen Parachain Auctions und diese Rewards steigen permanent im Wert und der Dot-Token steigt auch im Wert, dann habe ich natürlich gewonnen. Ist ja klar, irgendwie ergibt sich von selber und wenn dann nach zwei Jahren die Dot-Tokens wieder da sind, also hier sind die Quartale abgebildet, Q4 21, Q1 22, das sind die Quartale, wo meine Einlage, die Dot-Tokens fest in diesem Crowdloan drin stecken, dann und die kommen dann nach zwei Jahren wieder zurück zu mir, dann ist das natürlich super, wenn beides total gestiegen ist und ich das auch gehodelt habe, also die Rewards nicht verkauft habe. Der Dot-Token, der kommt ja dann zurück zu mir und dann habe ich also im Grunde eigentlich nur gewonnen. Ideales Szenario. Wäre schön, wenn das klappen würde. Jetzt natürlich das Worst-Case-Szenario und das ist quasi, man fängt hier bei 40 Dollar Dot-Token-Kurs an oder wo auch immer der ist. Der Dot-Token geht nur noch in den Keller, geht immer weiter runter. Nach zwei Jahren kriege ich die Dot-Token zurück und ich habe im Grunde nur Verlust gemacht in den zwei Jahren und gleichzeitig die Rewards sind auch nichts wert. Klar, es ist in gewisser Weise jetzt nicht wirklich ein Worst-Case-Szenario, weil die Rewards, die habe ich ja definitiv bekommen, die habe ich ja im Grunde auch umsonst bekommen, also kann ich die auch verkaufen. Hätte dem Kursverlust des Dot-Tokens dann auch eine Einnahme entgegenzustellen und wäre dann also nicht ganz schlecht aus der Sache rausgekommen. Das setzt aber voraus, dass der Wert der Rewards nachher den Verlust der Dot-Tokens auch wirklich wettmacht. Und dann gibt es eben auch so ein Mittel-Szenario und das Mittel-Szenario, das kann man jetzt so nennen Rewards gegen Opportunity-Kost. Und zwar ist das folgendes, ich lege ja meine Dot-Tokens für zwei Jahre ein. Und wenn ich diese Dot-Tokens für zwei Jahre einlege, dann komme ich da eben nicht dran in diesen ganzen zwei Jahren. Und wenn jetzt der Dot-Token in den zwei Jahren steigt, dann habe ich keine Chance, diesen Gewinn zu realisieren. Und das nennt man dann Opportunity-Kost, denn mir entgeht ja hier eine Gewinnmitnahmemöglichkeit. Und diese Gewinnmitnahmemöglichkeit, die mir entgeht, muss ja in irgendeiner Form durch den Wert des Rewards ausgeglichen werden. Und wenn das so verläuft wie hier, dass also der Reward quasi nichts wert ist, dann ist das eher schlecht, weil natürlich, ich habe dann eine Opportunity-Kost, ich kann die Gewinnmitnahme nicht realisieren, lande nach zwei Jahren bei einem Kurs, der für mich ein bisschen ungünstig ist und die Rewards fangen das Ganze nicht auf. In diesem Fall, wenn es so läuft, wäre es natürlich viel, viel besser gewesen, wenn man gar nicht erst investiert hätte, seine Dot-Tokens nicht eingelegt hätte und stattdessen einfach nur gewartet hätte, bis der Dot-Token steigt und dann auf dem Höchststand verkauft. Und das letzte Szenario ist leider ein bisschen komplizierter zu erklären. Ich möchte es euch aber trotzdem wenigstens als Denkanstoß mit auf den Weg geben. Ich bin auch kein Steuerberater, es geht jetzt um Steuerthemen, ich habe also eigentlich definitiv davon nicht so viel Ahnung. Ich möchte einfach nur so einen Denkanstoß mit auf den Weg geben und wenn ihr das genau wissen wollt, dann müsst ihr das natürlich mit dem Steuerberater klären. Es geht jetzt um ein Thema, das nur Deutschland betrifft und zwar haben wir in Deutschland ja quasi eine Haltefrist von einem Jahr. Das bedeutet, wenn man also Krypto innerhalb eines Jahres verkauft und damit Gewinn macht, muss man diesen Gewinn versteuern und wenn man länger als ein Jahr die Tokens hält, dann ist der Verkauf steuerfrei. Und das betrifft natürlich jetzt unsere Überlegung hier bei den Crowdloan-Kampagnen, denn wenn jetzt der Reward-Token innerhalb des ersten Jahres steigt und dann später total fällt, dann kann es sein, dass man also möglicherweise Lust hat, seine Rewards schon im ersten Jahr zu verkaufen und dann ist man steuerpflichtig und dann muss man natürlich die Steuer in die ganze Betrachtung mit einfließen lassen. Ganz besonders dann, wenn man mit dem DOT-Token irgendwo Verlust macht oder nicht besonders viel Gewinn macht, weil es kann sein, dass die Steuer, die man quasi auf die Rewards bezahlt, verhindert, dass die Einnahmen durch die Rewards den Verlust aus den DOT-Tokens auffängt. Das ist das, was ich so mal ganz allgemein mit auf den Weg gebe. Ist ein Denkanstoß. Es ist auf jeden Fall also besser, glaube ich, wenn man seine Rewards mindestens ein Jahr hält und dann erst verkauft, aber man läuft dann eben Risiko, dass nach einem Jahr der Kurs des Reward-Tokens sich sehr ungünstig entwickelt und dass man dadurch dann eben insgesamt doch Verlust macht mit dem Ganzen. Jetzt wird aber bei diesen unterschiedlichen Szenarien klar, dass wenn man hier versucht, irgendwie eine Vorhersage zu machen und sich fragt, wie lohnt sich das Ganze und so weiter, dass irgendwie alles vom Kurs des DOT-Tokens abhängt. Denn der DOT-Token, das ist eigentlich der wahre Risikofaktor. Die Rewards, die bekomme ich ja irgendwie geschenkt, die bekomme ich ja in irgendeiner Form umsonst. Das ist also auf jeden Fall Plus. Die Frage ist nur, mache ich mit den DOT-Tokens in den zwei Jahren Minus, ja oder nein? Also ist die wahre Frage hier, wie wird sich wohl der DOT-Token in den nächsten Jahren entwickeln? Jedenfalls würde ich ganz klar abraten, davon allzu sehr auf Kusama zu schauen. Da ist das Ganze ja schon mal gelaufen und auch all die Projekte, die hier genannt sind, das sind ja hier die Top 5 Projekte, die die besten Rewards ausgezahlt haben. Die haben auch Schwesterprojekte, die jetzt bei den Parachain-Auctions mitmachen und das kann man aber definitiv überhaupt nicht vergleichen, wenn man jetzt in die Tokenomics guckt und sich anschaut, was wird ausgeschüttet an Rewards konkret in den neuen Projekten. Also bei Moonriver ist es Moonbeam, bei Sheeden ist es Astar und bei Akarura ist es Akala und so weiter. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Hier wird mit ganz anderen Regeln gespielt und mit ganz anderen Voraussetzungen gearbeitet. Deshalb also hier absolut besser nicht drauf schauen. Viel besser ist es eigentlich mal hier einen Blick auf die Marktkapitalisierung der ganzen Projekte zu werfen, die es insgesamt gibt. Und hier steht also Polkadot auf Rang 7 und darüber ist dann noch Cardano, Solana, Tether, Binance Coin, Ethereum und Bitcoin. Hier in der Spalte sieht man die Marktkapitalisierung und die Frage ist jetzt einfach, wie wird sich hier der Dot-Token entwickeln in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Und natürlich ist das hier alles nur eine Meinung von mir und ihr müsst selber überlegen, wie ihr das Ganze bewertet und so. Ja, also das Erste, was ich dazu gerne zeigen würde, ist die Polkadot Treasury. Die Polkadot Treasury könnt ihr euch anschauen und zwar in den Apps unter Polkadot.js.org und wenn ich das hier aufrufe, dann lande ich hier bei Polkadot und unter Governance Treasury, da finde ich die Treasury und die Treasury, das ist ein riesengroßer Topf mit Dot-Tokens. Diese Dot-Tokens sind dafür gedacht, ausgezahlt zu werden für irgendwelche Projekte, irgendwelche Programmierprojekte, für Marketingmaßnahmen, für Konferenzen, für alle möglichen Sachen, die das Polkadot Ökosystem nach vorne bringen. Das Polkadot Council, das ist quasi ein Gremium, das aus der Community zusammengestellt wird. Das entscheidet über die Vorschläge, die hier gemacht werden und wenn hier Vorschläge dann bewilligt werden, dann gehen die entsprechenden Dot-Tokens an das, an das entsprechende Projekt oder an die entsprechenden Leute, die diesen Vorschlag umsetzen sollen. Die bekommen dann die Dot-Tokens und können damit arbeiten. Da ist also ein eine ganze Menge zu erwarten, denn in diesem Topf sind dicke, fette 19,8 Dot-Tokens drin. Nee, Moment mal, 19,8? Nein, es sind 19,8 Millionen Dot-Tokens. Gucken wir doch mal einfach, wie viel das insgesamt ist. Rechner auf. Wir haben also 19,8 571 mal aktueller Kurs ungefähr 53 Dollar. Dann sind wir bei 1,052 Milliarden Dollar, die hier an Assets, an Geld drin sind. Und wenn man sich mal vorstellt, jetzt werden 1,8 Milliarden Dollar auf die Welt losgelassen, indem Polkadot Ökosystem neue Wallets entwickelt, irgendwelche neuen Programmierprojekte, irgendwelche Marketingmaßnahmen startet, Konferenzen macht und so weiter, das kann das Ökosystem definitiv nach vorne bringen. Und wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel ein großes Unternehmen jetzt ankündigt, dass eine Milliarde Dollar in Entwicklung und in Marketingmaßnahmen gesteckt wird, dann wird hier natürlich der Kurs entsprechend positiv beeinflusst werden. Davon bin zumindest ich sehr stark überzeugt. Und jetzt noch ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass der Dot-Token in den nächsten Jahren steigen wird. Denn schauen wir einfach mal auf Staking. Polkadot hat eine Gesamtmarktkapitalisierung von zurzeit 54 Milliarden. Das bedeutet, alle Dot-Tokens, die zurzeit insgesamt vorhanden sind, die sind 54 Milliarden US-Dollar wert. Und von diesen 54 Milliarden US-Dollar sind 33 Milliarden gesteckt. Das heißt, die sind aus der Zirkulation komplett raus. Die sind jetzt festgelegt im Staking und sind also nicht mehr drin. Und es bleiben also nur noch 21 Milliarden Dollar an frei verfügbaren Dot-Tokens. Den Rest, der ist weg, der ist im Staking drin, den kann man nicht kaufen. Der ist also festgelegt. Und diese 21 Milliarden, das sind die einzigen Tokens, die man überhaupt in Crowdloans einlegen kann. Weil wenn die Dot-Tokens gesteckt sind, dann kann man sie natürlich nicht in den Crowdloan einlegen. Zumindest muss man die erstmal anstaken. Und dafür braucht man normalerweise sieben Tage bis 14 Tage. Wir sind jetzt unmittelbar vor den Parachain Auctions. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich diese Zahl hier ganz, ganz deutlich nach unten bewegen wird. Die wird so bleiben. Und das heißt also, von den verbleibenden 21 Milliarden US-Dollar wird so einiges erstmal in das, in die Crowdloan-Kampagnen fließen. Was heißt das? Natürlich noch größere Supply-Knappheit. Das heißt, auf der einen Seite hat man einen hohen Bedarf, nämlich das von diesen, dass man Dot-Tokens braucht, um einzuzahlen in diese Crowdloans. Und auf der anderen Seite gibt es aber nur 21 Milliarden und die werden immer weniger. Und ich bin absolut überzeugt, dass die 10 Prozent Inflation im Jahr diesen Bedarf, diese Nachfrage nicht decken wird. Sondern es wird eine tierische Knappheit geben an Dot-Tokens, weil die einfach in andere Quellen fließen. Und vor allem das, was in den Crowdloans drin ist, das ist ja für wirklich definitiv für zwei Jahre weg vom Markt. Also alles, was in den Crowdloans drin ist, das wird den Supply von den 21 Milliarden nochmal reduzieren. Eine Supply-Knappheit, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat im Krypto-Bereich. Und jetzt schauen wir einfach mal auf die Marktkapitalisierung bei CoinGecko. Zurzeit hat Polkadot eine Marktkapitalisierung von 54 Milliarden US-Dollar. Der Kurs liegt bei 51,65 Dollar. Das ist jetzt am heutigen Tag, am 2. November 2021. Zwei Tage, bevor die Crowdloans anfangen. Schauen wir mal, welches Projekt ist denn jetzt da drüber? Der nächste bessere Token, das nächstbessere Projekt ist Cardano. Und Cardano, was ist Cardano zurzeit? Cardano ist ein super, super vielversprechendes Projekt, das sicherlich auch irgendwann in den nächsten Monaten an den Start gehen wird. Aber Cardano hat zurzeit noch kein Produkt. Übrigens Polkadot auch noch nicht, weil das kommt ja jetzt erst noch in den nächsten Wochen. Aber bei Polkadot ist jetzt ganz konkret in Sicht, dass Mitte Dezember die ersten ganz konkreten Projekte losgehen werden. Denn dann ist die erste Charge an Parachain-Auctions durch. Batch Nummer eins ist dann durch. Und dann gehen die Projekte an den Start. Und dann geht natürlich dieser ganze Netzwerkeffekt los. Und dann werden sich die Projekte miteinander vernetzen und so weiter. Und ich rechne ehrlich gesagt ein bisschen damit, dass Polkadot Cardano in den nächsten Wochen flippen wird. Das heißt also, die Marktkapitalisierung von Polkadot wird auf jeden Fall über der von Cardano liegen. Und wenn sich das hier nicht groß verändert, also der Markt sich nicht groß verändert, dann wird auf jeden Fall Polkadot über 60 Milliarden Dollar landen. Das ist schon mal ganz klar. So in den nächsten Wochen. Wir reden aber jetzt von den nächsten zwei Jahren. Das nächste Projekt, also Cardano weg, kann man nicht vergleichen. Was in zwei Jahren ist, Cardano oder Polkadot kann kein Mensch sagen. Ich gehe davon aus, dass Polkadot und Cardano beides ein Erfolg wird. Die werden sich irgendwie auch die Märkte teilen und so. Aber also ich sage mal so, Cardano brauchen wir jetzt nicht zu betrachten. Deshalb dann Solana. Was ist Solana? Solana ist eine Blockchain, die hat tierisch viele Transaktionen pro Sekunde. Die ist super schnell. Das ist richtig, ein richtig tolles Alleinstellungsmerkmal. Aber die Vielfalt der Projekte wird meiner Meinung nach eher bei Polkadot liegen. Denn diese, die hohe Transaktionsgeschwindigkeit, das ist eine Sache, die ist für bestimmte Anwendungen gut und für andere Anwendungen auch egal. Polkadot hat definitiv in der Vielfältigkeit der möglichen Projekte die Nase vorn. Aber Solana und Polkadot kann man nicht wirklich vergleichen. Lassen wir weg. So, nächster Schritt. Tether. Was ist der Tether? Können wir überhaupt nicht vergleichen. Können wir direkt weglassen. 70 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Kein Mensch weiß, ob die wirklich existieren. Brauchen wir nicht zu betrachten. Weg. So, was ist das Nächste? Die Binance Smart Chain. So, und die Binance Smart Chain. Was bitte ist die Binance Smart Chain im Vergleich zu Polkadot? Ich meine, die Binance Smart Chain, das ist einfach nur irgend so eine Ethereum-Kopie. Und diese Ethereum-Kopie ist billiger und schneller als Ethereum. Aber wo laufen die ganzen Innovationen zurzeit? Die Innovationen laufen zurzeit auf Ethereum. Warum ist das so? Warum entwickeln die Leute größtenteils, zum allergrößten Teil neue Projekte auf Ethereum? Vor allem die Projekte, die ein Riesenpotenzial haben. Und das liegt ganz klar daran, dass die Binance Smart Chain total zentralisiert ist und Ethereum hat die Dezentralisierung. Ist doch total logisch. Wenn ich jetzt irgendwie ein neues Projekt anfange, wenn ich eine super Idee habe und ich möchte die auf irgendeiner Ethereum-kompatiblen Blockchain laufen lassen, dann nehme ich doch nicht die Binance Smart Chain. Ich meine, es gibt auch welche, die machen das, aber kein Mensch weiß, warum die das machen. Denn die Binance Smart Chain, die ist ja nun wirklich quasi total kontrolliert von Binance. Man ist der ganzen Sache auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. So, und ich muss jetzt kurz was trinken. Also man ist der Binance, man ist Beinance auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und wenn man jetzt irgendwie irgendein Projekt hat mit einer Langzeitperspektive von zehn Jahren oder so, dann wird man doch nicht irgendwie jetzt auf der Binance Smart Chain anfangen, sondern man wird eher sagen, ich suche mir ein Projekt aus, dass mich nicht jederzeit hier, dass man nicht jederzeit den Stöpsel abziehen kann. Und was das angeht, ist Ethereum tatsächlich mit Polkadot ganz gut vergleichbar, weil Polkadot ist auch dezentralisiert. Der Konsensalgorithmus von Polkadot mit der Relay Chain, der sorgt definitiv für eine sehr viel höhere Dezentralisierung als die Binance Smart Chain. Es kommt noch hinzu, die Treasury. Wir dürfen die Treasury nicht vergessen, wir haben eine Milliarde US-Dollar im Topf in der Kriegskasse, um Innovationen zu fördern. Das heißt, wenn Innovationen läuft, dann wird das demnächst auch auf Polkadot laufen. Ich bin sicher, ich bin absolut sicher, dass in zwei Jahren die Binance Smart Chain keine allzu große Rolle mehr spielen wird, denn wir haben Ethereum 2.0 skalierbar und schnell und billig. Wir haben Cardano skalierbar, schnell und billig. Wir haben Solana, schnell, billig und innovativ. Und natürlich haben wir Polkadot. Und Polkadot ist ebenfalls schnell, billig, innovativ. Was zum Teufel machen wir eigentlich noch mit der Binance Smart Chain hier auf Platz drei? Ich kapiere es nicht, also weg damit. Ich bin sicher, dass wir mit Polkadot über 100 Milliarden Marktkapitalisierung landen werden, denn die Binance Smart Chain hat schon 94 Milliarden Marktkapitalisierung und eigentlich ist die Binance Smart Chain irgendwas, was wir bald definitiv überhaupt nicht mehr brauchen werden. Also Polkadot 100 Milliarden Marktkapitalisierung, da bin ich ziemlich sicher. Ich wage keine Vorhersage darüber, ob Polkadot zum Beispiel Ethereum flippen wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so direkt vorstellen. Möglich ist das natürlich schon. Das wird sich dann demnächst zeigen. Aber wir reden jetzt hier von einer Zwei-Jahres-Perspektive und da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Viel zu viele Variablen und so weiter. Jedenfalls, ich gehe davon aus, dass wir mit Polkadot zwischen 100 Milliarden, also zwischen der Binance Smart Chain und Ethereum definitiv landen werden. Sagen wir mal irgendwo in der Mitte. Dann wären wir also bei einer Marktkapitalisierung von insgesamt 300 Milliarden US-Dollar bei Polkadot. Das halte ich für absolut realistisch. Und das würde ja bedeuten, dass sich der Preis hier schon mal versechsfachen würde. Wir wären also bei ungefähr 300 Dollar für einen DOT-Token. Und da darf man jetzt aber nicht vergessen, wir reden hier davon, dass ja nicht die gesamte Marktkapitalisierung auf dem Markt ist, sondern 33 Milliarden von den 54 Milliarden sind ja noch gestaked. Die sind nicht in der Zirkulation drin. Wir sprechen also eigentlich von einer Gesamtmarktkapitalisierung von 21 Milliarden US-Dollar, die jetzt da draußen zirkuliert. Und wenn wir mit dieser Marktkapitalisierung dann auf 300 Milliarden US-Dollar landen wollen, dann müsste sich also diese Marktkapitalisierung ver-15-fachen. Und das würde dann also für den Polkadot-Token ein Preistarget von 750 US-Dollar bedeuten. Das war jetzt also das Wort zum Sonntag vom Märchenonkel. Aber ernsthaft, wer wirklich glaubt, dass Polkadot in zwei Jahren immer noch bei schnarchigen 50 Dollar notiert oder sogar drunter, also dem kann ich auch nicht helfen angesichts dieser ganzen Möglichkeiten, angesichts dieser Dinge, die jetzt starten. Und mal ganz abgesehen davon, der Cryptospace ist doch auch noch ganz am Anfang. Es ist doch noch gar nichts wirklich erreicht und es geht doch erst gerade erst richtig los. Also ich persönlich kann mir definitiv überhaupt nicht vorstellen, dass der Polkadot-Token irgendetwas anderes macht, als in den nächsten zwei Jahren immer weiter zu steigen. Es ist auch völlig egal, ob der höher oder niedriger ist als irgendwelche anderen Projekte. Der Dot-Token wird meiner Meinung nach steigen. Und jetzt freue ich mich darauf, dass übermorgen dann endlich die Crowdloans losgehen, weil dann kann ich endlich Videos machen und zeigen, wie man da investiert. Und natürlich schauen wir uns auch das ein oder andere Projekt mal genauer an. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss!